Guten Tag und willkommen zurück hier bei K-Ped. Wie schon im letzten Part gesagt, also am Ende des letzten Parts möchte ich euch noch etwas über die P-Level sagen, also über den P-Rang in den Leveln. Man kann den P-Rang auch erreichen, wenn man sich treffen lässt. Das hatte ich ja mal falsch gesagt, einfach nur weil ich es noch falsch in Erinnerung hatte. Es kommt noch aus der Zeit, wo ich mich mit einem Kumpel darüber unterhalten habe über das Game und wir nicht so viel darüber wussten. Das war, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so. Wann ist das Spiel rausgekommen? 2016. Ja, es ist auf jeden Fall noch aus der Zeit, wo wir noch nicht so viel oder wo ich noch nicht so viel über das Spiel wusste und ich mich dann mit einem Kumpel darüber unterhalten habe und wir dann so gemeint haben, ja, das ist mega krass bei K-Ped. Man kann die Level auf einem P-Rang spielen und da darf man sich nicht treffen lassen und keine Gegner töten. Ja, auf jeden Fall. Doch, man darf sich treffen lassen. Man darf nur keine Gegner killen. Das ist das Einzige, was verboten ist. Das Einzige, genau. Das Einzige. Boah, nein! Als ob ich mir das jetzt auch schon angewöhnt habe. Also, äh, egal. Let's go! Riki, rapier! Und ich kann hier ja auch mal probieren, das auf P zu spielen. Ah, obwohl, nee. Das, ich glaub, das wird nix. Ist mir gerade eingefallen oder aufgefallen, als ich die Münze gesehen hab. Am Anfang sollte man den Level immer noch normal spielen. Scheiße, den hätte ich gern geparriert, den Fisch. Und dann kann man im zweiten Durchlauf das Ganze auf den P-Rang spielen. Aber fürs erste Mal sollte man auf jeden Fall das Ganze hier ganz normal machen. Na, komm schon. Okay, schön. Haut ab, ihr scheiß Fische. Will den Typen da besiegen. Was ist das eigentlich? So ein... So ein Meeres... Vieh? Irgendwie so eine Koralle oder so? Kann gut sein, ne? Kann echt gut sein. Okay, schön. Wenn wir die Ulti haben, sollten wir echt gut durch den Level durchkommen. Nur dafür müsste ich vielleicht... Ah, guck mal. Perfekt. Müsste ich vielleicht nochmal einen pinken Fisch kriegen. Damit wir die Ulti auch aktivieren können. Der muss sich verpissen. Nein. Ah, Mann, ey. Das war jetzt dumm. Da muss man einfach ganz normal drauf springen. Auf die Podeste. Oder halt das so machen, dass man zusieht, dass man dann auch dort landet. Wenn man ausweicht. Hau ab, hau ab, hau ab. Sehr schön. So. So. Let's go, Ulti. Oh. Was? Man kann ihn so easy besiegen? Ich dachte, das wäre ein bisschen schwerer. Aber anscheinend... Anscheinend... Sieht man, dass es easy ist. Oh, was ist hier denn jetzt los? Weg damit. Aua. Okay. Wunderschön. Ich glaube, wir wechseln tatsächlich mal zur Karte Eche. Ja, Mann. Perfekt. Was? Warum? Scheiße. Ich hätte den Level fast geschafft. Nein. Ja, Pech gehabt. Und da jetzt auch. Mit dem pinken Fisch. Oh, ja. Schön ausgewichen. Was, dass ich da nicht getroffen wurde, ist... Ein halbes Wunder. Heh. Nochmal ein pinker Fisch zum Carrying. Ja. Dann halt nicht. Ah, guck mal. Doch. Kommen die Fische hier auch noch? Ah, jo. Die kommen hier auch noch. Okay. Ich dachte, die würden hier nicht mehr kommen. Na, dann ist ja alles gut. Ey, da war ein pinker Fisch. Da war ein pinker Fisch. Warum ist der despawned? Ah. Okay, schön. Ja, schade, dass ich da jetzt den Typen... nicht... ...wohl genug habe besiegen können. Hopp. Oh, ja, Mann. Ganz, ganz wichtig. Münze her. Das gibt leider keine Karte. Und das hier auch nicht. Ja, ich wollte unbedingt nochmal so eine... ...so einen pinken Gegenstand treffen, um noch eine Karte zu bekommen. Aber das ist, während man da... ...so hart in die Mangel genommen wird. Echt schwierig. Auch sehr ungünstig, dass ich da jetzt den pinken Fisch besiegt habe. Ja, komm. Noch einer. Wunderbar. Noch mehr. Pink, pink, pink. Hallo? Jawoll. Drei Karten. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hätte ganz gern noch einen. Einen hätte ich ganz gerne noch. Ja, guck mal. Sehr schön. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Dodge Master 3000, der. Am Start. Holy shit. Ah, guck mal. Schön. Den hätte ich fast besiegt. Und am besten auch nicht von Krebs zu Krebs springen. Sondern... ...hier am Boden laufen. Oh. Wie close das die ganze Zeit ist. Haut doch alle ab. Mann. Okay. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob der wiederkommt. Aber wenn ja, sollten wir uns beeilen. Der kommt wieder. Oh mein Gott. Nein. 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 Das kann es nicht sein. Es war so gut. Ja, okay. Dann machen wir es halt ohne Ulti. Den Scheiß hier. Ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit rum zu gurken. nur damit dieser hässliche Homa mir dann hinterher auf den Sack gehen kann. Scheiße. Hä? 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 Ah! Ich hätte mich von Anfang an einfach ein bisschen zusammenreißen sollen. Und es normal probieren sollen. Ohne die Ulti. Wenn man die Ulti zusammenbekommt. Schön und gut. Und wenn nicht. Pech gehabt. Trotzdem weitermachen. Ab da. Okay. Schön. Nein. Hau doch ab. Okay. Schön. Jetzt können wir weiter. Komm her da. Das kann es nicht sein. Warum kommt denn genau in dem Moment so ein scheiß Fisch da hergeflogen? Mach dich weg. Alter, ne? Okay. Schön. Okay. Zwei Leben noch. Wir sollten das gut schaffen können. Oh. Und wichtig zu erwähnen ist auch. Ach man. Nein. Bitte nicht. Ist auch, dass man von den Tentakeln keinen Schaden nimmt. Raus hier. Alter. So ein Scheiß. Koffers voll? Wie jetzt? War das der letzte Level, den es gibt? Anscheinend, oder? Das war der letzte Gun & Run Level. Und wenn ich den auf Pacifist schaffe, dann sind alle abgeschlossen. Okay. Interessant. Gut. Gut, dann lasst uns mal in Schwartes Laden gehen. Ich glaube, ich hole mir erst Doppelherz tatsächlich. Denke, ich werde das brauchen. Dann kann ich das nämlich noch ganz gechillt auf Pacifist spielen. Gut. Wo geht's weiter? Ach, hier oben, ne? Ja. Boah, ey. Carla Maria. In Raue See. Und das ist ein Boss. Vor dem ich echt Respekt habe. Weil sie auch sehr unfair sein kann. Warum genau? werdet ihr später sehen. Ah! Erstmal kann sie einen hochdrücken. Mit diesem Scheiß-Fieder. Mit dem Seepferdchen. Das sind keine Pinken, ne? Der hier ist ein Pinker. Äh, Alter. Da finde ich die Phase sogar noch angenehmer, als da mit dem Scheiß-Seepferdchen, was einen nach oben drückt. Au. Alter. Was zum Teufel? Geht hier ab? Ja, okay. Schön. Man muss sich einfach nur im Kreis bewegen, quasi. Oder hatte ich da eben... War ich da... Alter, was? Erst die Hälfte geschafft. War ich da eben unlucky mit den Minen? Mit den Seeminen? Dass die da einfach zusammen mit den Geistern gekommen sind? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, man muss hier ein bisschen Glück haben, dass man die richtigen Ereignisse erwischt. Oh mein Gott. Weil, wenn man nicht die richtigen Ereignisse bekommt... Und ich muss mir angewöhnen, davon hier wegzugehen. So, jetzt. Schön. Da aufs Ausweichen konzentrieren. Nicht unbedingt aufs Angreifen, sondern eher aufs Ausweichen konzentrieren. Oh, Alter. Okay. Das habe ich tatsächlich echt gut gemacht. Was kommt jetzt? Das. Das kann man ziemlich gut dodgen. Wenn man es richtig anstellt und das richtige Timing erwischt. Nein, ich wollte... Nein! Ich wollte doch parrien und dann mit der Bombe angreifen. Scheiße, Mann. Hau ab. Okay. War es das jetzt mal so langsam? Ja, Mann. Nächste Phase. Und... Das ist genau das, wo sie unfair sein kann. Weil man einfach versteinert wird und wenn man dann von irgendwas getroffen wird, hat man halt Pech gehabt. Also, wenn dann irgendwas kommt, genau wie da, dann hat man Pech gehabt, weil man kann sich nicht bewegen. Das kann es nicht sein, Alter. Boah! Man muss echt hart dagegen steuern. Ich weiß gar nicht, lohnt es sich, die Viecher da unten anzugreifen? Eher nicht, ne? Eher nicht. Einfach ausweichen und gut ist. Scheiße. Boah! Die Assi, die gerade fliegen, die sind doch immer so schön gleichmäßig geflogen, die komischen... Ähm... Wie heißen sie? Pufferfische? Nee, ne? Nicht ganz. Und warum will er denn jetzt nicht da nach rechts moven? Ach, Mann, ey. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Nächste Phase. Wieder nur mit einem Leben. Nein! Hau ab! Ja, und man sollte da echt die Bomben benutzen. Ich wollte es nur mal so probieren. Aber nein, das wird nichts. Man muss die Bomben benutzen, sonst kommen da einfach zu viele, äh, elektrische Ahle. Und dann hat man Pech gehabt. dann fliegt da einfach zu viel rum. Okay, schön. Jetzt der Scheiß, okay. Nein! Als ob mich dann dieser Kackfisch erwischt. Ja, wow. Kann ich eigentlich direkt wieder sein lassen, ne? war ganz okay. Ja, aber war klar, sich schon wieder nicht schafft. Boah, dieser Boss, ne? Dieser Boss ist so asozial. Weil er vor allem auch, er ist halt einfach unfair. Er ist inkonsistent. Weil er immer zwei Phasen auf einmal hat. Zwei Aktionen auf einmal hat. Und manche sind gut zu dodgen, manche halt nicht. da kann einem zum Beispiel das Seepferdchen keinen Damage machen, aber es drückt einen halt nach oben. Was zusammen mit der Phase gerade ganz gut war. Ah, Alter! Aber das ist zusammen echt kacke. Da finde ich die Mine sogar noch angenehmer. weil man da eben weiß, wo die Patronen hinfliegen. Oder die, äh, diese, diese Granatensplitter, wie auch immer man das nennen mag. Okay, schön. Okay, raus aus der Kackphase hier. Raus aus der Phase. Raus aus der Phase. Schönes Ding. mit zwei HP kommen wir weiter. Nein, als ob! Wie viele da jetzt sind! Nein! Ah, Alter! Scheiße! Ich glaube, man muss da diese pinken Projektile parrieren, um direkt in die nächste Phase zu kommen. Weil die letzte Phase ist zwar auch assi, aber die geht wenigstens noch einigermaßen. Und da wollte er mich jetzt nicht den, äh, wie heißen denn diese Kackfische, Alter? Stachel, Stachelfisch? Heißen die Stach, wer ist denn noch nicht Stachel, Kugelfisch, Alter! Da wollte er mich jetzt gerade nicht den Kugelfisch parrieren lassen. Ja, wow! Danke dafür! Ja! Alles klar! Sie ist nur am Kopf verletzbar? Lass mich doch... Lass mich ausweichen! Alter! Alter! Dieser Boss ist so nervig! Vor allem mit diesem hässlichen Kackvieh hier! Alter! Ja! Kommen natürlich die Kameraden schon wieder. Zusammen mit den Kugelfischen ist das Assi. Ich glaube, da werde ich auch nicht großartig was machen können, leider. da... So langsam habe ich auch keinen Bock mehr tatsächlich. Ja, aber wenigstens können wir mal die Ulti zünden. Nein, als ob! Als ob! Nein! Nein! Und dann lasse ich mich so dumm andauernd treffen! Ja, aber gerade macht sich auch der Frust breit. Gerade macht sich leider auch der Frust breit und... Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so richtig Bock. Wir kommen. Zack, Ulti reingeballert. Scheiße! Aber ist das noch easy zu dodgen? Da war ich jetzt aber nicht drauf vorbereitet. Wenn man sich da oben in die Ecke drängen lässt, dann ist vorbei. Scheiß Seepferdchen da, Alter. Dass man noch nicht mal ein bisschen runter move kann. So, nein, man hat einfach direkt Pech gehabt und Link da in die Richtung, Alter! Das kann es nicht sein. Was ist denn mit dem Controller? Ja, schön. Schön, schön. Okay, geil. Ult, ult, ult. Rein damit. Ja, schön. Wunderbar. Okay, da hat es gelegt aus irgendeinem Grund. Nein, oh mein Gott. Scheiße, Mann. Lass mich moving und ult rein. Ah, komm. Lass mich bewegen. Oh mein Gott, Alter. Nein. Nein. Hau ab. Lass mich doch. Nein. Nein. Oh, man kann da noch nichtmals ein bisschen reinfliegen. Nein. Oh Mann. Der Boss ist scheiße und ich habe keinen Bock mehr auf den. Neppart wird viel zu lang, Alter. Okay, Leute, dann sage ich euch jetzt was. Noch der Versuch und dann werde ich schneiden. Gut, ich zeige euch dann, wie ich es geschafft habe. Hier ist ein wirklich High-Class-Belt. Und beginnt. Versuch und ge äh. Sch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Fresse Hier lohnt sich das Doppelherz extrem Leute Das war krank und ich weiß nicht, ob ich das Im A-Rang abschließen können werde Meine Fresse Carla Maria Seelenvertrag erhalten Das war bisher Der schwierigste Boss im Game Ich muss aber auch sagen, der Controller hat leider nicht so sehr mitgespielt Man hat es ja am Anfang gesehen, ich konnte mich nicht bewegen Obwohl, nee Nicht am Anfang dieses Parts Im letzten Part Konnte man es am Anfang sehen Konnte mich teilweise nicht bewegen Und das hat er jetzt auch Leider oft drin gehabt Dass ich mich auf einmal nicht mehr bewegen konnte Oder nur schwer bewegen konnte Keine Ahnung Vielleicht hat der Controller einen weg Vielleicht Geht es auch mit meinen Nerven durch Ich weiß es nicht Auf jeden Fall Haben wir es erstmal geschafft Aber ich werde es auch nochmal spielen müssen Wie gesagt Wir wollen hier alles auf den A-Rang bringen Und ich möchte halt alles zeigen Gut Vielen Dank fürs Zusehen Lasst gerne ein Like und ein Abo da Falls ihr euch getan habt Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Bis demnächst Und ciao Bis zum nächsten Mal